Es ist wieder Zeit für Smash! Leute, willkommen zurück! Wo sind wir stehen geblieben? Bei Pichu, glaube ich. Genau hier, genau das. Und da wollten wir eigentlich noch ein paar Sachen einsammeln, jedoch... Haben wir das nicht gemacht? Oh, Junge! Gehen wir mal dich mit, Bine. By the way, die Anzahl an den Dinger, die wir eingesammelt haben, ist legit direkt. Moment. Tada! Ich verdeck das halt nur. Genau das. Na ja, was soll's. Mio, 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 mio. Ähm, dich. Können wir auch mitnehmen? Jetzt die Sache, wo... Sollen wir die ganzen Geister noch einsetzen? Ich würde sagen, ja. Die sammeln wir noch ganz kurz ein. Und dann checken wir mal ab, wo es denn weiter geht. In unserem Abenteuer auf den Sternen der Lichter. Wie, ja, wie, denn? Ah, hier kann ich durch. Wenn wir dich mal mitkommen, als Reserve. Frage. Ähm... Ah, ok, da nach rechts. Da oben machst du irgendwas? Nö. Mal aufhangen bitte, danke, tschau. Ja, bitte, danke, tschau. Jetzt habe ich keine mehr von den... Oh! Jetzt habe ich keine mehr von den Viechern. krisen elektro wir waren team das kann schlöschel das ganze mal testen Oh nein, schon wieder so ein Elektro-Boden. Oh, darauf habe ich gar... Oh mein Gott. Das Problem ist, hier ist ja nur ein Elektro-Boden. Oh mein Gott. Ja, ist irgendwie so. Haben wir einen Geist gegen Elektro-Boden? Weiß gar nicht. Meine Frage ist, ob ich Pichu nehme. Runter mit dir! Nein! Warte mal, wir brauchen auf jeden Fall so einen Elektro-Boden. Ich weiß gar nicht, ob ich das habe. Oh, ich fühle mich unsichtbar. Oh! Oh! Ich habe jetzt kein grünes T-Shirt anziehen. Ich habe jetzt kein grünes T-Shirt anziehen sollen. Wie ne? Ja, wie ne? Oh Gott, na ja. Ähm... Geist zu anpassen. Jetzt habe ich überhaupt sowas bekommen, so einen Elektro-Boden-Schutz. Immunität gegen Elektro-Boden. Giftresistenz, nöp, Klebeschutz, bla bla... Sieht nicht so aus, glaub ich. Ah, doch! Jetzt... Ah, der ist es! Jetzt komm mal her, sag mal. Warum versteckst du dich? Ich will echt was anderes kurz mir drüberziehen. Aber ich mach es gleich. Meine Schulter! Ah... Ja, was jetzt, Pikachu? Komm du nur her! oh nein nein genau dies genau dies andere es klau ist am go ffm bose nicht anzahmer schon aggressiv was jetzt nein 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 was machst du Heeeeyyyyyyyyyyy! BEEEEEEETEEEEEEEEEEE.\ Ferngestylte Rakete Snack Sorino. Snack haben wir auch noch nicht ne? Ne. Glaube nicht. Bin seit 3 Runden bereit mein Freund. Da hat Pikachu will hier. Will hier komplett eskalieren. Nein! Oh mein Herz! Was? 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 Oh! Oh! Was? Pikachu, er zählt ja total! Hala! Sage mal! So jetzt aber jetzt! Was können wir hier noch holen? Moment! Oh! Was geht jetzt ab? Was man dafür sorge! Legt sich hier ein Wiesel! Oh! Oh! Hahaha! Das wäre schon witzig, wenn ich ein komplett grünes T-Shirt hätte! Das ist richtig witzig! Oh! Ach so! Okay, da haben wir es freigeschattet! Das Tor ist jetzt geöffnet! So! Mehr oder weniger! Spontan! GG! Bin ready to Sport machen! Ähm! Da ist noch was! Oh, da würde ich gerne! Dann holen wir noch! Schauen wir noch, was für ein Geist links ist! Und dann gehen wir hier auch raus! Haben wir nämlich alles gemacht eigentlich! Ich hoffe so! Lass mich raus! Und? Slippy Toad! Aus Fox, ne? Von Fox! Fox an der Crew! Oh lol! Was habe ich gemacht? Oh mein Gott! Oh ja, ich bin gerade chill! Habt ihr Quajuts in euren Crew geholt, oder was? Ist aber ein Cheat! Oh! Junge, was machst du? Komm nochmal her! Oh leih, der chillt! Oh, es ist Zeit! Gut! Raus drum! Ich bin aufer geben jetzt! Oh Gott! rich consperable Argh! Heilige ruhige ruhige Musik Allesge Benedäre ich! Dürrida! Alright, ich bin jetzt bereit weiss ich bin zu den Fox mit der Crew! As easy! Wie geht das? Aber jetzt, komm mal her! Wo müssen wir hier mal hier raus! Ja, wollen wir. Ja, wir haben nämlich, glaube ich, alles gehört, was wir holen konnten. Ich bin doch gerade zuvor um nachzuschauen, aber ich denke schon. Und, Dankeschön. War schön. Hat Spaß gemacht, ihr auf jeden Fall. Und raus mit uns. Okay, wo sind wir denn stehen geblieben? Das ist jetzt die Frage, die ich gerade habe. Ich hab's nämlich vergessen, und zwar... Oh! Was sind wir denn hier hergekommen? Ah, warte mal, wir haben noch Geister weggeschickt, ne? Ah, guck mal, da unten. Können wir da unten jetzt durch? Ja! Ja! Oh, ich würde dann gerne runter hier, in diesem Party-Mates sein. Okay, aber... Wir haben hier ein paar Charaktiere erstmal weggeschickt, damit sie was hier machen. Ja, genau. Was habt ihr so geholt, Freunde? Jetzt sagt mal, komm! Sag mir! Und, was habt ihr so gefunden? Ja, was Schönes gefunden, das frage ich mich auch. Oh, okay, Geisterpunkte. Nur Geisterpunkte? Okay. Dann schick mal wieder welche los. Let's go, wer ist das? Macht eure Arbeit gut, wer bist du? Oh, Scaraborn, du kannst mal weiter. Oh, la! Ja, keine Ahnung. Ich glaub... Ihr höheres Level, die haben das zu besser, sollten sie, glaub ich, sein, glaub ich. Hoffentlich, denk ich. Ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Wir schicken einfach mal Paare rüber. Viel Spaß euch, wir sehen uns dann irgendwann. Abmarscharino! Und, wie lang? Auch wieder zwei Stunden? Ich hab' total vergessen, natürlich ein paar Tage vergangen jetzt. Zwei Stunden, tatsächlich, okay. Ich hab' jetzt B gedrückt. Ah, okay, lass. Ähm, ja. Oh, oh. Oh! Wir wollten eigentlich dahin, ne? Und dann haben wir uns hier verlaufen. Mehr oder weniger. Ich würd' gerne erstmal hier gucken, wenn wir jetzt... Oh! Hä? Wie? Warte mal, wir kommen wieder hoch. Oh. Von hier aus geht's nicht hoch. Oh. Oh, lol. Luigi. Okay, was geht jetzt ab? Ich hätte so gern Luigi. Ich hätte so gern Luigi im Echt sein. Oh, 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 oh. Los! Oh! Hat Luigi neues Moveset? Sah so aus. Ja, Mann. Hä? Oh, ich bin da unten! Warum bin ich da unten auf einmal? Dieser Luigi. Dieser Luigi. Dieser Luigi. Der will Rache. Für keine Ahnung was. Pack-Land. Ich bin bereit. Komm du mal leid. Hey! Ich seh nichts. Okay. Okay, 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 okay. Hoch hinaus mit dem Panzerweiß. Was, bitte? Erstmal das. Und? Stones? Und? Oh. Guck mal, muss ich von da dahin oder wird's? Oh mein Gott, die Eule. Warte mal, was hat unser Groton ausgerüstet? Was ist das? Oh mein Mann. Das ist jetzt Bowser, nicht kennen. Dazu noch FFM-Bowser. Oh. 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 Junge Mann. Ich glaube, ich habe die falsche Groton-Einstellung gelöscht, glaube ich, vorhin. G-G. Naja. Ja, tatsächlich. Oh Mann, ey. Ah! Bide? Löschen, danke. Ja. Mir hat nämlich was viel geiles auf Groton ausgerüstet. Was hat eine Victini auf jeden Fall, glaube ich? Ah ja. Victini und Feige, glaube ich. Na ja. Groton, yes. Ich kann einfach mal noch einfach. Ja, ja, passt schon. Ähm, jetzt soll ich eigentlich nach unten links, aber ich glaube, ich würde erstmal die City links abchecken, nachdem wir hier... ...jemanden haben. Aha, war's mit euch? Habt ihr verlaufen? War's R-Fire. Dann fesselt die Magie die Siegkräfte. Oh je. Perfekt! Oh. Dieser Kick vom Bose ist so aggressiv. Au. Oh! Nein! Was mach ich?! Oh. Was war das ¿humlee-Rat? Keiner weiß. Du..du du..u du.. du 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 du.. du 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 du.... Darin finde ich auch geil, ich kann mit Darin gut kommen, meinst du? Okay, jetzt brauchen wir aber mal einen Plan, jetzt brauchen wir aber auf jeden Fall mal einen Plan und zwar gehe ich jetzt zu der City erstmal, auch wenn da noch ein Gegner ist, hier in die City will ich, genau. Los, 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 los. Fox McCloud, er hält Gegner ab in die Luft, die Gegner spielen sehr häufig, oh ne. Bleib mal auf dem Boden, der Tatsache. Komm her, her. Was, kann ich auch? Rackett! Für irgendein Item, oder? Hab ich nicht irgendein Item, oder? Nee, weiß nicht, ich weiß nicht. Tiefster Konro. Geil Alter, geiles Stages auf jeden Fall. Ah, guck mal hier, kommen wir durch. Min Min! Min Min? Min Min! Was ist denn mit Min Min los? Karin! Karin finde ich auch geil. Karin finde ich auch cool, wenn ich jetzt dann. Okay. Ja, 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 ja. Ich komme gleich lieber, Mädchen. Oh, lord. Oh! Ronaldo! What a move, what a break! GG. Ah, das ist glaube ich ein guter Geist. Ja, es geht 3 Sterne, ich weiß nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung. Könnte sein. Aber, jetzt, wer ist hier? Ah, ich wollte gerade Ness oder Lukas sagen. Sieht nämlich so von der City aus. So wie die zwei Jungs. Hey! Was ihr kennt? Du kannst gar nichts sagen. Oh! Okay, kannst doch was. Mit Lukas und Ness musst du auf jeden Fall spielen können, um ehrlich zu sein. Ich kann das nicht. Aber im Stream war einer von euch. Wie ist der? Jonas? Ich weiß nicht. Aber es waren auf jeden Fall coole Matches. In dem Stream, Mourinhoz. Ich bin jetzt auf jeden Fall geöffnet. Ich bin jetzt auf jeden Fall geöffnet. Oh, aua, aua, nicht schlagen. Wir kennen Thunder. Wir kennen Thunder. Lukas. Wie, die? Ja. Ja! Ja! Hey! Ja, hey. Wer macht das? Oh, Ashley Young. 13. Uh. Spiegelsteuerung. Oh je, oh je, oh je. Jetzt bin ich gespannt. Mal auf Ashley Young. Oh, ich habe meinen Geist gar nicht geändert. Hä? Gegen mich kämpfe ich jetzt? Gegen Ridley oder was? Wow. Wow. Nein. Und dann muss es auf einmal wieder normal. Oh, okay. Interessant, 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 interessant. Spiegelgesteuert. Ich wollte zur Arena und dann aber in die andere Seite rein. Genau das. Ja, Spiegelgesteuert. Logo. Oh, Zauber. Hm. Müsst du dir quasi ausschalten, bevor es dazu kommt. Und raus mit uns. Mö. Ich hasse das. Warum verliere ich? Warum verliere ich dabei? Es ist so ein geiler Move. Es ist so ein geiler Move. Warum verliere ich dabei? Ist schon unfair, bin ich ehrlich. Aber trotz. Schade. Sonst wäre es easy peasy gerade. Ja, schon bereit. What? Oh mein Kopf. Keiner weiß, wann es immer Spiegel ist. Boom! Oh, ich bin Spiegelgesteuert. Shit. Jetzt wieder nochmal. Jetzt wieder Spiegelgesteuert. Oh mein Gott. Jetzt wieder nochmal. Ja. Nein. Nein! So, wieder Spiegelgesteuert. Lego mio. Was? Was ist los? Egal, ich fahr mit zu, ob das. Wo bin ich? Hallo? Oh mein Gott. Oh, das wird was. Das wird was. Dies und das. Genau das. Oh je, oh je. Was ist denn jetzt los? Komm du meine Jungen. Ridley. So, warum ist es so klein. Hast du jetzt nicht mehr Spiegelgesteuert? Oh, ich verpatsse mal, wann es Spiegelgesteuert ist und wann nicht jetzt ist wieder. Oh. Du bist das, was? Oh. Ja, was es? Jetzt! Nein! Oh nein! Oh, ich weiß noch, es ist spielgesteuert. Jetzt nicht mehr. Es ist schon crazy, die Sage. Er ist richtig crazy, ohne Spaß. Ich weiß, ob Spiegelgesteuert ist. Jetzt aber! Wohin? Oh mein Gott. Oh Mann! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es reicht langsam mit einem Spiegelgesteuerten Dreck da! Oh Mann! Oh Mann! Was ist das für eine Stage bitte? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott! Oh Gott! Endlichster Mann! Ashley Young! Er erhöhte Ultrasmash-Ladetempo. Dafür ist ein guter Subgeist auf jeden Fall. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Ich bin noch mal die City ganz... Was! Gengar! Schlafboden einfach! Ich hätte mir noch die City hier von uns aus und dann machen wir Schluss zu heute. Vor allem nur den nächsten Part geben, aber dann noch unten zu Hause. Dann habe ich auf jeden Fall gespannt, was unten links abgeht. Oh, mein Kopf war gerade wieder bei Spiegel gestört. Alles wieder normal. Oh mein Gott, mein Kopf, mein Brain. Oh mein Gott, es ist heute Nacht. Nein, ich schlafe. Oh mein Gott, mein Kopf heilt gerade wegen Spiegel gesteuert. Na? Oh oh. Hey, ich bin's, ich bin's gedocht. Lol, es tut mir leid. Okay. Genka. Fänger Charme durch Gift. Ja, okay, aber auch. Nee, Giftboden. Giftbodenschuss brauchen wir, ne? Da war mal irgendwas. Ja, unten rechts glaube ich. Gegen Samus. Die Lust und Samus glaube ich. Ich weiß nicht. Oh. Hä? Ah, ich muss doch den blauen Schalter betätigen, krass. Olli! Olli! Oh Junge, ich bin's Olli! Okay Olli, zeig mal was du drauf hast. Ja, oh. Tudeln, wie nett. Diese Bewohner und ihre, zur Seite B. Guck mal. HBF. Tulik, was ist hier los? Oh oh. Wo bin ich? Game? Ist noch irgendwas? Hallo? Ja, ok. Ne, kannst du mal zur Seite ziehen. Du auch. Komm mit. Draußen wir. Komm, komm doch, er pflanzt sein Baulum. Oh. Was? Ha, ha, ha. Shit, ok ok. Bewohner! Ja Olli, komm mal her. So was ist jetzt aber? Harry und Woof Ist sie auch im Dojo oder was? Harry und Woof Wie die aussehen schau mal Genau so sieht sie rein aus Ey Oh Oh du dodges Ultranzig duckern Ok Aktivitätsleiter Geist Hm Was machen die denn? 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 Oh Leute! Ich muss eine Falko aufsauen Ok Genau das Schlafschutz Ok Anyway Freunde Dann würde ich sagen Wir gucken kurz in die Kiste Und machen dann Schluss Wie gesagt Für diesen Park do Reunion Und wir haben immer noch keine Luity Genau das Aber ich gucke mal, was hier abgeht. Und zwar... Tada! Wow. Also ja, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Peace.